Sie haben über ihre Mutter gesagt, wir werden doch unsere Schuld gegenüber unseren Müttern nie los. Nie. Die haben so viel getan, unsere Mütter, auch meine Mutter, so viel getan. Im Grunde genommen verdanken wir ihnen alles. Und wir haben es nicht wirklich zurückgegeben. Und wenn es sie gehört hat, mich gehört es jetzt auch. Es ist einfach so. Man kann nicht wirklich zurückgeben, was die Mütter für einen getan haben. Und unsere Mutter zum Beispiel, mit dieser Qual meines Vaters im KZ, hat dennoch nicht nachgelassen, uns am Abend vorzulesen. Die Mütter sind es. Danke Ihnen beiden sehr herzlich. Wir beenden das jetzt an dem Punkt. Wir sind auch immer richtig gut in der Lage zu sprechen. Es war sehr intensiv. Ich würde gerne noch ganz kurz darauf hinweisen. Also ich glaube, in den nächsten Tagen, oder direkt am neunten, am Tag.